Jo Leute was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen neuen Half-Card Money Job zeigen. Ja, mit diesem Job könnt ihr auch 1000 Runden spielen, genauso wie mit dem alten Peter Griffin Job, wo leider die 999 Runden gepatcht wurden. Mit diesem Job können wir ganze 1000 Runden spielen. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst euch dafür einfach nur den Job markieren. Den jeweiligen Job werdet ihr auf jeden Fall für die in der Videobeschreibung finden, für die Playstation 4 oder für die Xbox. Ebenso benötigt ihr dann noch die Hilfe von einem Freund. Leider geht der Job nicht solo. Und ja ebenso benötigt ihr dann noch ein Gummiarmband oder irgendein Kabel, womit ihr dann einfach den linken Analog Stick fixiert, so dass ihr nicht ausgeworfen werdet, wenn ihr AFK seid. Und so könnt ihr dann ganz easy über Nacht die 1000 Runden dann mit eurem Freund laufen lassen. Könnt ihr euch sehr, 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 sehr viel RP und Money euch AFK ergrinden. Wir starten einfach den Job. So, seid ihr in dem Jobmenü dann angekommen, dann einfach einen Freund einladen. Den Job dann starten. Und ja, hier im Job dann angekommen, einfach nur dann den linken Analog Stick fixieren. Ihr dürft nicht so weit rauslaufen, dann werdet ihr sehen, bekommt ihr eine Gebetsüberschreitung. Bleibt einfach da am Anfang stehen. Dann einfach den linken Analog Stick fixieren mit einem Gummiband oder den Rechenanalog Stick, so dass die Kamera halt permanent gedreht wird, so dass ihr nicht rausgeworfen werdet. Und so könnt ihr euch, wie gesagt, dann die 1000 Runden AFK mit eurem Freund laufen lassen. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.